Hallo und willkommen zu einer neuen Folge dem Fortress 2 und heute spiele ich und Titan auf einer Hikepass mit Heavy und Medic. Ja und das macht den Tag so Spaß. Was sagst du Ihnen? Guten Tag. Ja wir hatten eben schon eine Aufnahme mal wieder. Haben wir verkackt? Ich hab's verkackt, weil ich den Namen echt verraten habe. Und das ist mir nicht so. Ja, er mag sehr Privatsphäre. Halt dann hier! Halt dann hier! Nein! Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Ich hab nicht auf den Scout konzentriert. Also ich hatte eben eine 12er Kill Street. Ja wir hatten gerade einen... Alter dieser Heavy! We need more soldiers. We only have more soldiers. Okay. Fucking damn. Okay. Everybody got soldiers. Okay. Tja hast du gehört? Wir haben einen Auftrag von ähm, Zerzolder bekommen. Wir sollen net soldiers benutzen. Alles klar, geht nicht alles mit Soldieren. Ja. Ja. Ich scha... Nein! Warum bin ich denn nicht den kurzen Weg in die Base gegangen? Weil du dumm bist. Ich find's ja auch ziemlich lustig, dass wenn du tot bist, dass du noch irgendeinen Satz laberst und sich die Hütten von deiner Leiche überwiegen. Beim Sterben sagst, mach was. Also ehrlich. I believe I can fly. Störe! Störe! Achtung, Scout! Hä? Hä? Ja, wir haben den Punkt. Ja, oberen den Punkt. Ja, oberen den Punkt. Da ist ein... Ja, aber was ist da? Das wollte ich mal... Guck mal, Alter! Scheiße! Fuck, ist mir so ausgerutscht. Ich hab jetzt den Direktschlag, ist sehr gut. Ja, Direktschlag ist gut, also gut bei Flieger. Man, ja, Peiru, ist so bescheuert, Alter! Hm, ist es denn, mit dem ich direkt treffen muss? Ja, Direktschlag! Direktschlag! Nein, unser Kontrollpunkt ist im Catch-up! Ach, gut! Ich werde dich alle bitten! Aber das ist mir die Raketen-Under. Ja, und du musst mehr schaden, und du musst direkt treffen. Ach, genau dann kommt... Wie soll ich den denn nicht? Ich hab dir das so ausgerutscht und rechtfacher gewischt. Da habe ich aber einen Hund mit Gott auf einmal neben mir aufgetaucht. Ja. Ja. Du hast ein... was hast du für mich? Bela! Ein Daylor, kenn ich nicht. Bela! Ach, ein Bela! Nein, so heißt... so heißt der Hund! Ich wollte gerade... Ich hab einige gefragt, welche Rasse ist. Das ist ein Bela! Das ist... Das ist eine Bela-Rasse! Hast du schon das Halbsjahr, Sophie? Das was? Da bereich schwer. Das Halbdraft-Profi. Den hab ich. Ah, ein Century! Och, ich hab mir trinkt. Ach, ich hab die nicht gesehen. Weil ich ingeluft. Die Mini-Sentry. Ja. Die Mini-Sentry, ja. Die Mini-Sentry. Scheiße, der beste Freund von dem Bauer. Komm, der hat nicht ge... Nein, der hat nicht dominiert. Die hace den mit so. Und ich hab gedacht, die sind jetzt mal ein gutes Team, aber nein. jetzt ist entführt ich hab's entführt okay wir sind so wenig und schadet ich alleine gegen die Erbnis von dir ob wir dann wählen sie da Ja, ähm, hier. Medic. Ich nehm Demoman, ja. Warum? Du hast einen Mediker. Frag an, ob er dich heilen soll. Okay, nein, nein, nehm ich auch Demoman. Echt? Hallo. Motivation. Hallo? So, ich hab die Welt blockiert. Und wir haben, wir haben Overtype. Ich konnte gar nicht, ich hab nur schnell noch alle blockiert. Mensch, wir müssen schon mal im Privaten erstellen. Nein, wir sind zu faul. Was? Äh, wie hat er dich jetzt gehatchtet? Ich weiß es auch nicht. Er hat dich im Charge gehatchtet, alles klar. Ja, auf jeden Fall, ich weiß es auch, und wir haben Backer. Okay, ich hab's ein bisschen. Punkt zu. Und was für ein Schwert kannst du? Ich kämpfe mit dem Islander. Nein, weil du mich eben darauf angesprochen hast, ob ich den, ähm, hier. Islander. Islander. Ob ich das dann reichwert habe? Ach so, ich hab's ja. Ach so, ich hab's ja. Ach, das ist auf die Zeit. Oh, guck mal gleich, guck mal, der Hans-Man. Oh, gut, ich bin einfach so gut. Okay, gut, der zeigt unser Team auch mal Stärke. So. Oh, es kommt mir nicht, das hat, das hat unser Team schon immer gezeigt. Ist auch schon fleißig im Köpfe sammeln? Äh, ich sammle keine Köpfe, weil ich mein Schild nicht habe. Das ist traurig. Wieso hast du kein Schild? Ich hab ein Schild, aber ich benutze ihn im Teil des Lichts. Das ist nicht traurig. Das ist ja, ich weiß. Das ist eine traurige Geschichte. Mal, jetzt reg' mich, das dauert sowas von auch. Jetzt muss ich einfach ein Schild benutzen. Das war sicherlich. Mit meinen schönen, ähm, Hauslatschen, die ich mir von Saladin getraut habe. Da ist eine ganz lange Geschichte, die ich nicht erzählen will. Ich weiß, wie langweilig ist. Das ist still. So still. Ah! Scheiße. Scheiße. Ich bin dir mal mit einem Direktreffer und kann nicht zählen. Ich weiß, du bist schlecht im Ziel. Mein Name ist jetzt nicht mich. Oh, tut mir leid. Du bist gut im Ziel. Hört. Bitch. Merrick! 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 Hört er mich? Merrick! Merrick! Das müsste er mich eigentlich gehört haben. Ja, ich hab dich auch mal mit gehört. Ah! Jetzt auf! Nein, ich hab mich grad erschrocken bei dem Demoman neben mir, der Kommissar, der hat sowieso eine Stoff gehabt. Ahja! 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 Ich hab schon zwei Köpfe. Wie viel hast du? Ich hab aufgehört. Du bist scheiße. Warum? Weil du aufgehört hast. Ah! Das ist halt wie. Aua! In dem Haus? Ja, im Haus. Das hab ich schon gesehen. Davor steht wahrscheinlich wieder. Davor steht meistens der Demoman. Ich hab ne Bratpfanne geprunken. Weißt du, was ich mir jetzt damit machen werde? Ein Omelette. Genau. Wer weißt du das Tier hat? Weil Omelette lecker ist. Du sollst das Prophet werden. Ich hab lecker getötet. Geh, hier ist eine von uns. Danke. Wir verkacken gerade. Das ist schlecht. Eigentlich, dass ich mal jetzt mal wie auf die Zeit mache. Okay. Ich bin drin. Dann machen wir, äh, beenden wir die Aufnahme nach der Runde. Ja, können wir gern machen. Ich weiß, klar. Wenn wir noch ein paar Folgen voraus aufnehmen. Wenn wir noch ein paar Folgen voraus aufnehmen. Also 10 Minuten, dann dauert die Folge. Aber Werder meint, der datei tun, dass wir die Folge früher wählen müssen. Ja, wenn wir die nächste Runde anfangen, dann dauert es schon nicht wieder ewig. Ja, dann lass mal irgendwas anderem stoppen. Ah, Hilfe! Medic! Also ich bin mal nicht so in einem anderen Modus. Okay. Schade. 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 So. Ganz langsam. So. Wenn euch diese Folge gefallen hat. Mit mir und den Titan. Dann lasst doch einen netten kleinen Daumen hoch sehen. Und dann würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschau. Büs.